Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Autoforie.de bzw. zu einem neuen Vlog. Ich bin schon in Barcelona angekommen. Immer schön links und rechts gucken Kinder. Und wir Fabian sind natürlich auch dabei und wir testen heute den... Das E-Coupé, bitte schön. Nicht den, sondern das. Und er nennt mich Rechtschreibnazi. Ich wollte gerade erzählen, was wir jetzt tun. Es ist total hell hier. Darf ich es euch im Auto erzählen? Ja, erzähl es uns im Auto. Da ist es auch leiser. Das muss ich nie so machen. So liebe Leute, wir sind jetzt auf dem Weg und ich finde, mein grün-gelb-pulli-Dingsbums kommt bei den roten. Recht gut zu gehen. Wie oft, liebe Leute, habe ich euch eigentlich schon diese Autobahn gezeigt? Ich sehe 31 nach Barcelona. Ah, gefühlte 5 Minuten Mal. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, 8 Aufenthalte in Barcelona. Richtig, kann das sein? 7 oder 8? Sind ich zwar zweistellig schon? Letztes Jahr? Ne. Wir sind jetzt mittlerweile zweistellig. Aber nur letztes Jahr. Scheintlich. Und dieses Jahr sind wir schon bei 2 oder 3, oder? Einmal warst du nicht dabei. Theoretisch bei 3. Ja. Jetzt 4. Jetzt 4. Ui. Barcelona. Also ich persönlich habe die Innenstadt bzw. die Altstadt von Barcelona ja noch nie gesehen. Obwohl ich jetzt hier schon 10, 12 Mal war. Aber ich finde die Umgebung von Barcelona etc. echt nicht schön. Die redet immer, wenn ich rede. Die macht das doch mit Absicht. Die haben hier so einen Trigger drin. Machen die Play. Mann! Ja. Der hat mein Lindherz abgebissen. Ja. Der hat nur so ein Stückchen. Der hat die Hälfte vom Herz abgefressen. Oh, thanks. Das ist ein Stückchen. No, 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 no! Ah, du. Es ist drin. Musik Ich habe euch noch gar nicht das Fahrzeug komplett gefertigt und darum gebe ich euch jetzt mal einen Rundfunk an. Hallo, Abend. Und ihr wolltet ja ein bisschen mehr auch, das heißt ihr wolltet, ihr wolltet wissen, ob es mir auch mal schlecht geht. Mir geht es auch mal schlecht. Ich habe heute Mittag einen Migräneschuh gekriegt. Der hat mich richtig schön einmal ausgenockt und dementsprechend war ich sehr still an der Vlogging Cam. Aber wir gucken mal, was wir jetzt noch aus dem Abend machen. Erklär mal. Das Fahrwerk des neuen E-Class-Coupets ermöglicht agilen Fahrspaß auf kurvigen Strecken und bietet gleichzeitig außergewöhnliche Fahrkaufsruhe. Okay. Serienmäßig ist das Direct-Control-Farbe mit amplitudenabhängigem Dämpfungssystem. Auf Wunsch stehen Dynamic Body Control mit Verstelldämpfung und als Top-Ausstattung die Mehrkammerluftfeder Air Body Control mit Bank-Knick-Kuh-Stabilisierung links rum. So, wie geht es? Bis auf den Rest, ne? Ich kann es auch auf mehr Sprache. Ich kann reden. The chassis of the new E-Class-Coup makes an agile driving pleasure a reality on winding roads and simultaneously offers extraordinary driving comfort. Spanisch noch? Spanisch bitte auch, ja. Gibt es? Ja, das freut nicht. Awww. Schinken! Verlegt das Brot mit Schinken. Verlegt das Brot mit Ei. Ei ist gesünder Bummelunder. Bummelunder, Eisgürken! Bummelunder, Eisgürken! Ist das jetzt dieses Lifestyle? Ja. Du bist immer beobachtet, egal was du tust. Ja, das ist. 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 Welchenm Ordenskamp? Garant怎么 notifications? Ja? Ja...